So, das war auf jeden Fall das Vermietungssystem, das Kaufen-System und jetzt kommen wir mal zu unserem Shop-System, was ich auch sehr cool finden werde. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel von einem harten Arbeitstag im Forest, also ihr seid Holzfäller sozusagen, ihr sagt von euch aus, ich bin Holzfäller, ich fälle Holz, das haben so Holzfäller an sich, dann sagt er, okay, ich habe so viel Holz gefällt, ich will jetzt auch einen kleinen Shop errichten und damit ich Money mache, damit ich meinen Lebensunterhalt finanzieren kann, zum Beispiel einer kann ein Holzfäller sein, der hackt den ganzen Tag nur Holz oder ein Fischer, der fischt und wie das halt so ist im Leben und dann geht dazu mal mit dem Shop, könnt das verkaufen und könnt dann mit dem Geld, was ihr einnehmt, könnt andere Sachen kaufen, zum Beispiel Essen, dann gibt es andere, die sind Bauern, die pflanzen dann halt Pflanzen an und das ist dann so ein Wirtschaftssystem, wovon ich träume mich auf dem Server sozusagen, ich finde, ihr gefällt das, euch gefällt das, wie ich mir das so im Kopf vorstelle und das wäre jetzt zum Beispiel die Händler-Gilde oder ja, ein kleiner Ort, wo man Shops kaufen kann, das habt ihr ja schon in der letzten Folge gesehen, eventuell, hier kann man dann zum Beispiel sich diesen Shop kaufen, ich werde mich jetzt nochmal deopen, deop, fill the boy, Moment, bevor ich mich deopen, muss ich mir nochmal zum Beispiel, hier als Beispiel nehme ich einfach mal die Cookies, wo sind denn Cookies essen, Cookies, so, Cookies, nehmen wir mal 64, zack, Schildern, Kiste, habe ich, alles klar, dann mache ich mal deop, fill the boy, ich bin schon ein bisschen blöd, ne, ich müsste mich, selbst wenn ich deope, kann ich mir ja trotzdem Sachen holen, da ich ja im Crafting-Modus bin, so, jetzt kann ich wieder nichts abbauen, nirgendwo, hier, zack, zack, ich kann nichts hinsetzen, ich kann hier nichts hinsetzen, ich kann nichts abbauen und alles ist schön, ne, jetzt komme ich hier so feuchtfröhlich als Holzfäller, freu mich so, hey, geil, hier kann man was verkaufen oder kaufen, so, dann mache ich so einen Rechtsklick da drauf, jetzt habe ich mir das gemietet, jetzt kann ich auch was hinsetzen, ist das nicht genial, so, und ich bin ja gar kein Holzfäller, weil ich ja Kekse verkaufen will, das heißt, ich bin ein Keksemann und als Keksemann kann man sich jetzt hier so orangene Wolle hinstellen, zack, und dann schmückt man seinen Laden so mit orangener Wolle aus, so alles fröhlich im Cookies-Style, hier noch ein bisschen orangene Wolle, so, und dann setzt man sich hier eine Kiste hin und setzt hier so ein Schild hin und dann schreibt man Phillyboy, das ist nämlich, die erste Zeile ist der Inhaber des Shops, dann schreibt man, wie viel man verkaufen will, man kann 1 bis 64 oder 1 bis 16, wenn man zum Beispiel irgendwie Eier verkauft oder so, ich verkaufe jetzt einen Cookie zum Beispiel für den Preis von 3 Beuro und ich kann auch Kekse ankaufen, aber man kann auch zum Beispiel nur verkaufen, ich will hier zum Beispiel Kekse verkaufen und ich kaufe auch Kekse, aber natürlich zu einem geringeren Preis, das heißt, ich kaufe gering und verkaufe teuer, so ist natürlich das Prinzip der Wirtschaft und dann sagen wir mal, wir kaufen die für 2, dann machen wir noch ein S für Sell, ich glaube, man muss die Buchstaben sogar nicht schreiben, das könnten wir auch ausprobieren, machen wir mal kurz, das habe ich noch gar nicht ausprobiert, das ist jetzt alles hier Testing by Doing, Doing by Test, auch egal, so, und dann schreiben wir Cookie, könnten wir hinschreiben, oder wir können die ID des Gegenstands hinschreiben, das finden wir auf irgendwelchen Webseiten, ich werde es wahrscheinlich dann auch irgendwo einbinden, eventuell mache ich eine eigene Webseite für den Server, man weiß es nicht, das ist alles hier nur Geheimnisse, die ich verrate und dann geben wir ein zum Beispiel 357, das weiß ich zufällig, dass das die ID ist für Cookie und dann drücken wir Done, ich wollte gerade schon Enter drücken und man sieht, geil, automatisch wurde B für Buy und S für Sell eingestellt und der Name Cookie wohl auch nochmal hat eingestellt, jetzt müssen wir natürlich noch die Cookies reinsetzen und das Problem ist, ich kann euch jetzt natürlich nicht zeigen, wie ich die kaufe, denn das ist mein eigener Shop, wenn ich auf das Schild klicke, ja, geht das Schild kaputt, weil ich ja im Crafting Modus bin, Mist, Filly Boy, 1, 3, Doppelpunkt, 2 und 357, so und Done, ja, mein Shop lebt wieder, okay, machen wir uns mal kurz, Game Mod 1, nein, Game Mod 0, das kann ich ja nicht machen, Mist, ich bin ja kein Op mehr, auf jeden Fall, was ich euch zeigen wollte oder sagen wollte, wenn ich auf das Schild klicke, dann öffnet sich meine Kiste, das heißt, das ist mein eigener Shop, ich kann dort nichts kaufen und nichts verkaufen, aber wenn jetzt zum Beispiel Mary hier wäre, oh man, sie ist nicht da, vielleicht demonstrieren wir das noch in einem späteren Video, dann könnte sie jetzt hier bei mir kaufen und verkaufen und ich würde immer Geld erhalten, das ist doch wundergeil, ja, und so kann man das dann machen, hier könnte man noch mehr Kisten hinsetzen, noch mehr Shops eröffnen und dann hat man hier vielleicht so einen Nachbar, der verkauft zum Beispiel Essen, ach Mist, ich verkaufe ja Essen, der verkauft zum Beispiel Wolle und dann komme ich so rüber und sage mir so, ja geil, Wolle, die brauche ich noch ein bisschen, ich kaufe ein bisschen Wolle von dir und dann sagt er sich so, hm, okay, ich habe jetzt Wolle verkauft, ich habe jetzt ein bisschen Geld, aber ich brauche ja noch ein bisschen Essen, also kaufe ich mir ein paar Kekse und dann kann man so richtig geil Wirtschaft miteinander betreiben und das finde ich ist eine coole Sache, ja, und das ist eigentlich das, was ich euch zeigen wollte, so sind wir jetzt bisher auf dem Stand, vielleicht kann ich euch noch eine Sache zeigen, dafür muss ich aber wieder ob sein, also muss ich mich auch kurz auf mein Tablet als ob einstellen, mein Tablet braucht noch ein bisschen, so, zack, yes, jetzt sind wir wieder OP, ja, und dann möchte ich, was wollte ich jetzt machen, ich habe schon wieder vergessen, ja, einmal rülpsen bitte, so, wir fliegen mal kurz zu Beural, Beureal oder Beualdi, Beuldi, so, und hier können wir zum Beispiel so ein Schild hinsetzen, das wird vielleicht so ein Shop, wo man sich Sachen kaufen kann und dann steht hier Admin, Admin, falsch geschrieben, Admin Shop, so, wie war denn das nochmal, ey, Leute, nicht, dass ich das hier vergesse, okay, ich verkaufe ein, zum Preis von 3 Beuro, ach ne, 3, und ankaufen für ein und dann wieder der klassische Cookie natürlich, ich will schon wieder Enter drücken, ich drücke auf Done und hier steht es, wunderschön, und wenn ich mich jetzt wieder deoppe, damit ich ein ganz normaler Spieler bin, wie du und ich, zack, ich kann es nochmal demonstrieren, zack, ich bin ein Spieler, so, und ich gehe jetzt hier so feucht-röhlich, ha, 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 mein Leben ist schön, oh man, mein Magen knurrt, ich hab Hunger, okay, dann gehen wir hier so lang, auf dem Teppich, und, oh wow, ein Admin Shop, cool, hier kann man Cookies kaufen für 3 Beuro und verkaufen für 1 Beuro, so, dann klicken wir hier drauf, und, wie wir sehen, es geht einfach mal richtig geil kaputt, denn, ich bin, oh man, ey, ich bin einfach dumm, so, ja, ich bin im, äh, natürlich Game Mode 1, da kann man einfach behindert sein, so, machen wir das Ganze nochmal, wir haben ja die Zeit, Leute, ne, wir nehmen uns die Zeit einfach, so, zack, und, bam, schon wieder Enter gedrückt, could find chest, bin ich behindert, was mache ich falsch, bin ich, bin ich denn kein OP mehr, so geht das, Admin Shop, ja, das ist nämlich noch die Sache, wenn man kein Admin ist oder kein OP, dann kann man natürlich nur einen Shop gründen mit, mit einer Chest vorne, dazu werde ich wahrscheinlich noch ein paar Videos machen, aber ihr habt es ja auch gesehen, und jetzt bin ich wieder Admin, beziehungsweise OP, tut mir leid, Leute, so, und, 350, done, yeah, jetzt zum ersten Mal habe ich kein Enter gedrückt, so, jetzt deopen wir uns mal, vorher mache ich aber mal Game Mode 0, und, deop, philly, boy, so, ja, jetzt sind wir ein feuchtfröhlicher Spieler, kommen wir her, denken uns so, yeah, geil, ein Cookie, und klick mal drauf, zack, you sold one cookie to Admin Shop for two, okay, ich habe einen Linksklick gemacht, das heißt, ich habe gerade verkauft, hier werden noch Schilder dann hinkommen, wo das erklärt wird, welchen, welchen Klick man machen muss, sozusagen, um was zu tun, und wenn ich jetzt einen Rechtsklick mache, yeah, you bought one cookie from Admin Shop for three, Beuro, so, das können wir jetzt hier öfters machen, so, wir kaufen jetzt ein paar Cookies für zehn, und verkaufen die auch gleich wieder, das ist natürlich wirtschaftlich ein bisschen dumm von uns, wir sollten die lieber essen oder andere verkaufen für mehr Geld, man könnte jetzt zum Beispiel da hinten einen Shop gründen und die für vier verkaufen, und wenn jemand nicht weiß, dass die hier für drei sind, der kauft die dann da hinten, und dann, yeah, man, macht man richtig Geld, okay, ist ein bisschen dumm, aber egal, so, die könnten wir jetzt hier wieder verkaufen, wir sehen es unten, jetzt bekommen wir wieder Geld, und so funktioniert ein Admin Shop, davon wird es ja auch, wahrscheinlich wird hier der Admin Shop entstehen, und ja, da kann man sich ja richtig schön eindecken mit Gegenständen, und ja, das war auf jeden Fall die Folge für heute, die war, glaube ich, ein wenig lang, ich wollte ja auf jeden Fall alles zeigen, wie weit ich bin, wie weit ich bin, oh Mann, wie weit ich bin, wie weit ich bin, ja, das ist schon richtig der Satz, ne, manchmal ist mein Kopf so, kennt ihr das, ich will schon was sagen, aber ich habe es noch gar nicht gedacht, ja, so fühle ich mich auf jeden Fall ab und zu in dem Let's Play hier, aber so kennt ihr mich, so liebt ihr mich hoffentlich, und ja, wenn es euch gefallen hat, die Folge, würde ich mich über einen Kommentar freuen, über ein Dorbchen nach oben, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, ich weiß nicht, ob sie jetzt morgen erscheinen wird, oder übermorgen, ich muss auf jeden Fall viel arbeiten für den Server, und es kommt nicht jeden Tag ein Video, aber es wird regelmäßig Videos erscheinen, ich freue mich auf jeden Fall, haut da rein, Leute, euer Phillyboy, bleibt mir Troy!